Willkommen zum Hardware Review des Teufel Sola Gaming Headsets. In diesem Video nehmen wir das Teufel Sola Headset unter die Lupe. Von Design und Verarbeitung, Übertragekomfort und Klangqualität bis hin zum Mikrofon und der Software und natürlich dem Preis-Leistungs-Verhältnis sowie einem Fazit. Die Hardware wurde uns für das Review von Teufel zur Verfügung gestellt, wobei keinerlei Einflussnahme stattfand oder Vorgaben gemacht wurden. Es handelt sich also um unsere absolut eigene und private Meinung. Beginnen wir mit dem Design und der Verarbeitung des Sola Gaming Headsets, welches vom deutschen Hersteller Teufel aus Berlin entwickelt und auf den Markt gebracht wurde. Auf den ersten Blick fällt das zunächst schlichte und elegante Design auf, welches, wie wir später sehen werden, in verschiedensten Kombinationen angepasst werden kann. Die verwendeten Materialien bis auf den Bügel bestehen hauptsächlich aus Kunststoffen, welche jedoch einen hochwertigen Eindruck erwecken. Die Ohrmuscheln, Cover und Windschutz können aus verschiedenen Farben zusammengestellt werden. und sind mit den beiliegenden Grundfarben des Headsets in hellgrau oder schwarz beliebig kombinierbar und können einfach ausgetauscht werden. Der Kopfbügel, welcher eine stabile Metallkonstruktion beherbergt, ist in mehreren Rasterungen anpassbar. Im Lieferumfang findet sich die beim Kauf gewählte Farbkonfiguration, wobei als Zubehör eine Vielfalt an Optionen nachgekauft werden kann. Die Verarbeitung des 330 Gramm wiegenden Solar-Headsets ist teufeltypisch absolut tadellos. Alle Komponenten sind sauber verbunden und es gibt keine störenden Spaltmaße oder scharfe Kanten. Auch die Kabel und Anschlüsse machen einen robusten und hochwertigen Eindruck und sind dank Ummantelung gut gegen Abnutzung geschützt. Zudem sind alle Steckverbindungen am Headset zusätzlich mit einer Arretierung versehen, was ein versehentliches Abziehen verhindert. Auch auf das anstiegbare Kondensatormikrofon wurde Augenmerk gelegt. Das Mikrofon ist flexibel und lässt sich leicht an die gewünschte Position anpassen. Zudem ist es unauffällig integriert und ebenfalls ummantelt, sodass es das Gesamtbild des Headsets nicht stört und ihr könnt es auf Wunsch einfach abnehmen, ohne dass es am Headset verbleibt. Der farblich anpassbare Popschutz kann hierbei wahlweise abgenommen oder angepasst werden. Das Solar sticht natürlich durch die vielen Kombinationsmöglichkeiten aus der Masse der Gaming-Headsets heraus. Es ist klar, dass Teufel bei der Entwicklung des Solar-Headsets viel Wert auf ein Erscheinungsbild gelegt hat, das den Ansprüchen von Gamern gerecht wird, wobei hier keine blinkenden LEDs zum Einsatz kommen, sondern die farblichen Komponenten-Akzente. Daher wirkt das Solar gediegener und reifer als andere Headsets mit einem Gaming-Zusatz. Widmen wir uns dem Tragekomfort des Solar-Headsets. Denn gerade bei längeren Gaming-Sessions ist es umso wichtiger, dass das Headset bequem sitzt. Die austauschbaren Ohrpolster sind aus einem weichen, hautfreundlichen Material gefertigt, das nicht nur angenehm die Ohren umschließt, sondern auch atmungsaktiv ist und unangenehmes Schwitzen reduziert. Auch nach mehreren Stunden sitzt das Solar noch komfortabel, angenehm und drückt nicht. Die Ohren werden jedoch wie bei den allermeisten Over-Ear-Kopfhörern spürbar wärmer. Der Kopfbügel des Teufel Solar-Headsets ist mehrfach gerastert verstellbar und ermöglicht eine individuelle Anpassung an eure Kopfgröße und Form. Die Polsterung des Kopfbügels ist weich und minimiert den Druck ausreichend auf den Kopf. Für uns hätte die Polsterung jedoch einen Tick dicker sein können. Trotz des guten Tragekomforts kann es für einige Nutzer, insbesondere mit größeren Ohren, zu leichten Passproblemen der ohrumschließenden Ohrpolster kommen. Denn mit 6,5 auf 4 cm kann es für größere Ohren im Zweifel in der Breite etwas enger werden. Ein Pluspunkt sind die Bedienelemente am Anschlusskabel, wo wir sicht- und spürbar das Mikrosturm schalten können, die Lautstärke justieren, sowie mittels Clip die Steuerung befestigen können. Zusammengefasst bietet das Teufel Solar-Headset einen hohen Tragekomfort und bietet eine gute Materialqualität. Die weichen Ohrpolster, die atmungsaktiven Materialien und die individuell anpassbare Passform sorgen dafür, dass ihr auch bei längeren Gaming-Sessions entspannt und konzentriert bleiben könnt. Jetzt kommen wir zu einem der wichtigsten Aspekte eines jeden Headsets, der Klangqualität. Das Teufel Solar liefert mit zwei 40 mm linearen HD-Treibern sehr ausgewogene Ergebnisse in den Höhen, Mittel und Tiefen. Dank der sorgfältigen Abstimmung bietet das Headset einen ausgewogenen und detailreichen Klang, der sowohl beim Spielen als auch bei Musik und Filmen überzeugt. Für immersiven 7.1 Surround Sound setzt das Teufel auf die DTS Headphone X 2.0 Technologie. Diese Funktion ist allerdings nur über den im Lieferumfang enthaltenen USB-A-Dongle nutzbar. Für Konsolenspieler an der Xbox, Playstation und Switch bleibt hier nur der 3,5 mm Klinkenanschluss, welcher natürlich auch auf dem PC oder Mobilgeräten verwendet werden kann. Die Bässe sind präzise und kräftig, ohne dabei überbetont oder aufdringlich zu wirken. Das sorgt für ein solides Fundament und verleiht Explosionen und tiefen Tönen in Spielen und Filmen die nötige Wucht. Die Mitten und Höhen sind klar und detailliert, was besonders bei Musik und Stimmen für eine starke Wiedergabe sorgt. Allerdings kommt das Solar nicht an Referenzen wie beispielsweise das DT-99 Pro heran, was aber auch für ein Gaming-Headset nicht das Ziel ist. Denn hier vergleichen wir reine Studio-Kopfhörer mit einem Gaming-Headset, wobei sich das Solar hier nicht verstecken muss. Ein Highlight des Teufel Solar ist die Möglichkeit mittels der beiliegenden USB 7.1 Soundkarte eine räumliche Ortung in Spielen zu simulieren. Durch die Wiedergabe von Richtungen und Entfernungen entsteht ein immersives Spielerlebnis, das euch voll und ganz in die Spielwelt eintauchen lässt. Das kann besonders bei First-Person-Shootern oder anderen Spielen, bei denen die akustische Orientierung entscheidend ist, ein großer Vorteil sein. Allerdings bieten die meisten kompetitiven Spiele hier eigene Optionen, welche detailliertere Ergebnisse liefern können. Die beiliegende USB-Soundkarte bietet aber eine deutlich bessere und potentere Alternative gegenüber Onboard-Optionen auf eurem Mainboard. Wobei allerdings das Solar an dedizierten Soundkarten hörbar etwas besser klingt. Zusammenfassend bietet das Teufel Solar Headset für diese Preisklasse eine doch recht beeindruckende Klangqualität, die sie sowohl bei Spielen als auch bei Musik und Filmen überzeugen kann. Die ausgewogene Wiedergabe von Bessen, Mitten und Höhen sowie die optionale räumliche Ortung machen das Headset zu einem idealen Begleiter für anspruchsvolle Gamer. Und dank des 10-Band-Software-Equalizers sind zudem umfangreiche Möglichkeiten zur Anpassung an die eigenen Vorlieben möglich. Reine Musikliebhaber werden zwar eher zu dedizierten Studiokopfhörern greifen, Spieler, die auch gerne Musik hören, sind jedoch mit dem Solar gut beraten. Kommen wir nun zum ansteckbaren Kondensatormikrofon des Solar, das für die Kommunikation mit euren Teamkollegen oder Freunden zuständig ist. Das Mikrofon ist insgesamt solide und liefert eine klare, solide und verständliche Sprachübertragung. Es ist wieder dumpf, gibt kein Eigenrauschen weiter und klingt für ein Headset-Mikro gut. Als Kritikpunkt ist anzumerken, dass das Mikro bei lauten Umgebungsgeräuschen manchmal an seine Grenzen stoßen kann. Für die meisten Anwendungsfälle im Gaming-Bereich ist das Mikrofon jedoch ausreichend und bietet eine klare Kommunikation. Hier bietet das Solar gegenüber anderen Gaming-Headsets ein wirklich brauchbares Mikro. Und hier noch ein Vergleich zum Klang. Für das Review haben wir bisher unser XLR-Studio-Mikrofon verwendet. Und hier die Sprachqualität des Teufel-Solar-Headsets, ohne eine Nachbearbeitung der Soundqualität. Zudem bietet das Solar über die Software die Möglichkeit, einige Spracheffekte zu nutzen, welche dann auch direkt in jegliche Voice-Software übertragen wird. Zudem erstellt euch die Solar-Software zwei getrennte virtuelle Audio-Kanäle, einmal für den Chat und einmal für den Spiele-Sound. Kommen wir zum Fazit. Beim Teufel-Solar handelt es sich um ein solides und vielseitiges Gaming-Headset, das zu einem Preis von etwa 130 Euro ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Die Klangqualität des Shark und die optionale 7.1-Surround-Virtualisierung bietet für ein immersives Erlebnis beim Spielen, Musikhören oder Filme schauen einen echten Pluspunkt. Denn die im Lieferumfang enthaltene USB-Soundkarte ermöglicht zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten und bietet die Wahl zwischen einem klassischen 3,5mm Klinken oder dem USB-Einschluss mit Soundkarte. Die Solar-Software ist benutzerfreundlich, leicht verständlich und bietet alle nötigen Anpassungsoptionen. Ein besonderes Highlight des Teufel-Solar-Headsets ist aber natürlich die individuelle Anpassbarkeit. Mit zwei Grundfarben für das Hauptgerät und sechs weiteren Farben- bzw. Farbkombinationen für Ohrmuscheln, Cover und Windschutz sind die Gestaltungsmöglichkeiten riesig. Die zusätzlichen Design-Sets haben aber auch ihren Preis mit etwa 25 Euro. Insgesamt überzeugt das Teufel-Solar durch seine Klangqualität, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit und stellt eine empfehlenswerte Option für Gamer dar, die ein Mittelklasse-Headset mit individuellem Design suchen und auch nicht auf Musikgenuss oder Filme verzichten möchten. Aber was haltet ihr vom Solar? Lasst es uns gerne wissen in den Kommentaren, unserem Discord oder den täglichen Twitch-Livestreams. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Bis bald und see you in the verse! Bis bald und see you in the verse!